Du musst immer auf dem Button da oben bleiben, dann bist du mit dem Tablet verlinkt, dann kannst du Neigungsensorten, der wird noch sein. Mabacher TV. Was ist jetzt gerade? Jetzt ist es gerade nur das Bild. Ist das so? Nein, gerade ist einfach, wenn du es loslaust, dann ist es gerade. Das ist doch egal, wenn du den Button loslaust, dann steht die Drohne stabil drauf. Wenn du aufbrechen und du neigst es nach vorne, dann kriegt die Drohne gerade aus. Das weiß ich nicht. Ob das die Nullposition ist und ob das die Nullposition ist. Ob das gerade ist, ob die Drohne so auch horizontal steht. Oder nicht? Nein, das ist doch eher so. Also wie gesagt, auf vorne neigen, kriegt es da raus, zu dir ziehen. Nein, so, hier vier neigen. So, so, so. Genau. Und da kannst du die Höhe verschneiden an der Drohne, gehoben zu führen, wenn du niedrig, aufhör da rein, links und rechts ist die Drohne und die Achse einfach nach links oder nach rechts. Okay. In der Luft, die Drohne sind schon kaputt worden. Keine bis jetzt. Nur die Schutzhülle, die Styrofoie halt. Nein, das habe ich schon gefühlt gesagt. Ich habe euch gefühlt gesagt. Lassen Sie sich jetzt auch sitzen. Okay. Passt zu? Ja, jetzt kannst du wieder umdrehen gehen. So. Das macht nicht schlimm, sondern rechts, dann dreht sich die Drohne. Die Position. So, warte. Jetzt ist die Drohne. Okay. Oh, ich... 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 Voll gut. Ich bitte nicht rauskriegen. Ach so. Nicht rauskriegen. Nur wenn ich mit der Reiter bleiben. Und das Ziel war da einfach, die Bilder erkennen. Was man da oben sieht gerade. Ach so. Bumm. Das war's jetzt gleich. Nein, das war's nicht. Aber es macht nichts. Kannst gleich nochmal. Jetzt geht's nochmal. Entschuldige, Tobi. Jetzt geht's nochmal. Jetzt geht's nochmal. Entschuldige, Tobi. Entschuldige, Tobi. Entschuldige, Tobi. Entschuldige, Tobi. Also wir werden kleine Menschen jagen. Geht's? Es ist eine geschützte Terei. Entschuldige, Tobi. Entschuldige, Tobi. Entschuldige, Tobi. In抱, dalam unser Brommelrasi muss ich. Versuch du ist nicht im fond. Aaaaaua. Ohhh. Das ist was. So, da ist es nicht so gut. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Möchtest du mal anders probieren? Dass sie dir rumlässt? Ja. Ja. Ja, vorhin. Das Ziel war ja. Das STIL war ja, oder so. Ja, ich bin neugierig. Ich versuche jetzt immer mit direktem Blickkontakt. Mal schauen, ob ich mir besser anstehe. Aber es ist kein Zeichen. Ich würde sie dann so mitbringen. Auch der andere ist gesagt. Möchtest du aufpassen? Ja, das ist mehr Tixer-Türmer. Ja. Wooh! Es ist nicht viel einfach, aber ein bisschen. Aber so war ich schon. Ich gebe dir einen Tipp. Den Finger, du hast den Finger nicht die ganze Zeit rum, sondern kann immer wieder oben. Wenn man es noch ist, kann es braun zum Beispiel, wenn man dann wieder los geht. Dann geht es leichter. ich mache dir einen Finger zur Seite. Wie geht das einfach ins locken, aber da ist alles schön. Okay. Sorry. Sorry. Okay. I'm getting my hands dirty. Okay. So, danke. Ich bin... Das Ding ist nämlich schwer. Die Steuerung ist nicht. Ja, danke. Oder danke. Ich bin ein Krieger.